Was ist eigentlich Motivation und was willst du wirklich? Und beim Thema Motivation, da muss ich, da wird so viel da draußen erzählt. Aber im eigentlichen Sinne, in der Tiefe, wird auch dieses Thema sehr häufig missverstanden. Motivationsvideos und Gas und Attacke und überhaupt. Aber schau, beim Thema Motivation sollten wir zuallererst mal das Wort definieren. Was ist überhaupt Motivation? Motivation kommt aus dem Lateinischen movare und heißt nichts anderes als Bewegung. Ja, also Bewegung etwas auslösen. Und das geht aber noch ein bisschen deeper, das Thema Motivation. Und da will ich dir auch heute in diesem Video so eine vielleicht kleine Übung sogar mitgeben. Und wir schauen einfach mal rein, weil es gibt nämlich so ein paar Dinge, die da als Grundlage sind zum Thema Motivation. Nämlich, was motiviert dich denn wirklich? Und das solltest du dir mal im Kontext anschauen, auch deiner Karriere als Immobilienmaklerin oder als Immobilienmakler. Was motiviert dich denn eigentlich wirklich? Und es gibt eine Stufe, ich sage mal Stufe 1, ist das Thema Geld. Also das heißt, dass derjenige geldmotiviert ist. Und das Thema Geldmotivation könnte man sagen, ist, ob das jetzt das schöne Auto ist, ob das das Haus ist, ob das tolle Klamotten sind, eine tolle Uhr. Also alles das, was man irgendwie mit Geld kaufen kann. Das kann aber auch sein, einfach der Besitz von Geld. Also ich möchte einfach viel Geld haben. Und ich will auch gar nicht bewerten, ob das gut ist oder schlecht, wenn man geldmotiviert ist. Aber das ist, wie es ist. Also wenn jemand zum Beispiel in seinem Leben mit Geld einen großen Engpass hatte, also wirklich Mangel an Geld hatte, dann ist das natürlich durchaus eine sehr, sehr hohe Motivation. Sei es drum. Es geht nicht darum, gut oder schlecht zu bewerten, sondern wichtig ist herauszufinden, was ist das, was dich wirklich motiviert. Also stell dir einfach mal die Frage oder stell dir doch mal eine Liste, was an Geld motiviert mich? Was bedeutet überhaupt für mich Geld? Ja, ich will jetzt gar nicht anfangen, wie Geld ist ein Tauschmittel. Ja, natürlich ist Geld ein Tauschmittel für etwas. Also du gibst Geld und du tauschst das gegen eine Uhr ein oder gegen ein Auto. Aber die Frage ist, was macht dich heiß? Was bewegt dich? Also bewegt dich Geld, löst Geld etwas bei dir aus. Weil wenn Geld nichts bei dir auslöst, dann ist das ja völlig wurscht, ob du mit Immobilien Hunderttausende oder gar Millionen verdienen kannst. Weil am Ende ist das nicht das, was dich bewegen wird. Okay? Also Geld ist ein Thema, was Menschen bewegt. Ob es bei dir so ist, das musst du selber herausfinden. Und das kannst du eben damit herausfinden, wenn du sagst, was bedeutet für mich Geld und was motiviert mich am Thema Geld. Was kann ich mir dafür kaufen? Macht mich das heiß? Finde ich das toll? Und da kannst du dir zum Beispiel auch eine Frage stellen, was würde ich tun, wenn ich eine Million Euro jetzt hätte. Würdest du also eher tendieren, dir viele materielle Dinge zu kaufen oder würdest du die eine Million beispielsweise für ganz andere Dinge einsetzen, zu denen wir jetzt gleich noch kommen. Zweite Sache ist, die Motivation, einen persönlichen Vorteil zu bekommen. Also persönlicher Vorteil. Was kann ein persönlicher Vorteil sein? Ein persönlicher Vorteil kann zum Beispiel sein, ich tue das, damit ich Anerkennung bekomme. Bewunderung bekomme, Klatscher, den Applaus, ey, du bist der Tollste, die Tollste, die Schönste, die Beste, so erfolgreich, so fähig und Lob und Anerkennung könnte ein persönlicher Vorteil sein. Schau einfach mal hin, was findest du oder wie motiviert dich ein persönlicher Vorteil, also ein persönlicher Nutzen. Und viele da draußen sagen, ja, what's in it for me, ja, so was ist für mich drin? Genau das ist nämlich da der Punkt an der Stelle. Was ist für mich drin? Und auch die Frage solltest du dir stellen, kannst du dir wieder eine schöne Liste machen, um herauszufinden, was ist oder was sind für dich persönliche Vorteile. Und anhand dieser zwei Punkte wirst du relativ schnell feststellen, ob da Dinge dabei sind, die dich heiß machen, die dich motivieren. Die dich also in Bewegung bringen. Kommen wir zu Nummer drei. Nummer drei ist nämlich Überzeugung. Also du handelst aus Überzeugung heraus. Deine Werte, deine Moral, die du hast, eine persönliche Überzeugung. Könnte zum Beispiel sein, ich bin Immobilienmaklerin oder Immobilienmakler, weil ich überzeugt bin, dass der Verkäufer nur durch meine Leistung seine Immobilie gut verkauft bekommt. Oder ich bin der persönlichen Überzeugung, dass ein Privatverkäufer niemals eine Immobilie so verkaufen kann, wie ich das als Experte tun kann. Das ist eine persönliche Überzeugung. Und aus dieser Überzeugung heraus zu handeln, dass eben ein Privatmensch, Privatmann, Privatfrau, Privatverkäufer einen Experten benötigt, um diesen Job zu erledigen. Auch hier, was sind deine persönlichen Überzeugungen in Bezug zum Beispiel auf dein Privatleben oder auf dein Business, auf deine Tätigkeit, deine Karriere als Immobilienmaklerin, als Immobilienmakler? Deine persönlichen Überzeugungen kann auch sein, zum Beispiel, dass du Vater bist und als Vater der Überzeugung bist, du musst deiner Familie das beste Leben ermöglichen, was irgendwie geht. Oder deinen Kindern die beste Ausbildung ermöglichen. Und das macht dich total heiß wie Frittenfett. Und das ist deine persönliche Überzeugung. Und das ist dann möglicherweise auch dein Why, dein Purpose, dein Warum du wirklich handelst. Ja, okay. Kommen wir zu viertens. Viertens wäre zum Beispiel das Thema, du handelst aus einem Pflichtbewusstsein heraus. Nehmen wir mal Mutter Teresa, die hat mit Sicherheit nicht aus Geldmotivation gehandelt oder aus einem persönlichen Vorteil. Vielleicht aus persönlicher Überzeugung, aber ich bin mir fast sicher, dass sie aus Pflichtbewusstsein heraus gehandelt hat. Und ich gebe dir mal eine ganz einfache Pflicht, die du hast. Wenn du verheiratet bist und dein Mann oder deine Frau jetzt heute mal vielleicht gerade nicht so nett ist zu dir, dann ist es aber als Partner oder als Partnerin trotzdem deine Pflicht, für deine Frau da zu sein oder für deinen Mann da zu sein. Das ist eine persönliche Pflicht. Also das heißt, geh trotzdem heute Abend hin, auch wenn mal die Person jetzt scheiße zu dir war und nimm sie in den Arm und drück sie und gib ihr mal einfach einen dicken Schmatzer und sag, hey, ich habe dich lieb. Das ist eine persönliche Pflicht. Auch wenn einem das jetzt gerade mal auf den Sack geht oder eine persönliche Pflicht ist, ich habe jetzt gerade keinen Bock, wir haben jetzt Sommer und ich habe jetzt gerade keinen Bock zu arbeiten, weil das Wetter draußen so schön ist. Es ist aber dennoch deine Pflicht, morgens in dein Büro zu fahren und deine Firma in Schwung zu bringen. Es ist deine persönliche Pflicht, eine perfekt gute Dienstleistung deinem Kunden gegenüber zu liefern oder deinem Kunden mehr zu liefern, als letztendlich der Kunde von dir erwartet. Das ist deine persönliche Pflicht. Ob du es aber als deine persönliche Pflicht ansiehst, ist deine ganz persönliche Einschätzung. Oder ob du das nur tust, weil du Money machen willst, weil du Geld machen willst. Dann wären wir wieder eher bei Eins, nämlich bei dem Thema Geld. Oder du machst es nur, weil du am Ende des Tages bejubelt wirst oder die Anerkennung bekommst, weil deine Freunde am Ende des Tages dich bewundern, weil du so ein tolles Haus hast und so ein tolles Auto fährst. Also unterschätzt das nicht. Das Thema Anerkennung ist ein sehr, sehr weit verbreitetes Thema und wird gerne genommen und wird auch gerne gebraucht und auch von vielen sehr geschätzt. Also ich hoffe, ich bin überzeugt, dass du so einen schönen Fahrplan bekommen hast, was das Thema Motivation eigentlich alles ausmacht. Mach diese Übungen, stell dir diese einzelnen Fragen und geh mal ruhig ein bisschen deeper da rein, weil du wirst wirklich finden, herausfinden, was ist das, was dich wirklich bewegt. Das können auch mehrere Sachen sein, aber finde heraus, was dich bewegt, weil wenn du das nicht findest, und da kann ja auch da draußen jeder erzählen, was er will, weil Disziplin kommt aus Pflichtbewusstsein heraus. Aber wenn du nicht im Klagen darüber bist, was da wirklich dahinter steht, dann wirst du es nicht tun, dann wirst du dich nicht bewegen. Das ist eine ganz einfache Kiste. Und ich kann dir sagen, bei mir hat es ein bisschen gedauert, ich habe es dann aber irgendwann gefunden, was meine persönliche Motivation ist und was dahinter steht. Und ich kann dir, wie gesagt, nur raten, das zu tun. Und wenn du Hilfe dabei brauchst, dann stehe ich dir sehr, sehr gerne zur Verfügung, weil du kannst einfach hier eine Infobox an kostenfreie Beratung beantragen. Und dann helfen wir dir gerne dabei, weil, glaube mir eins, die Makler, die wissen, warum sie das tun, was sie tun und die ihre Beweggründe kennen, das sind definitiv die besseren Makler. Da kannst du sicher sein. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und lass gerne ein Like da, schreib auch gerne einen Kommentar, was ist deine Motivation hier rein. Und hey, abonniere auf jeden Fall den Kanal. In diesem Sinne, bye-bye, ciao. Bis zum nächsten Mal.